servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es noch mal um das 20. geburtstagsevent von world of warcraft mittlerweile oder wir hatten ja schon ein ankündigungsvideo dazu gemacht mittlerweile wissen wir in diesem zuge wird patch 11.0.5 erscheinen bzw 11.0.5 bringt alle sachen mit die es benötigt für dieses 20 geburtstagsevent wir werden in den kommenden tagen noch mal einzeln auf die verschiedenen posten eingehen was wir in diesem xxl video jetzt nicht abdecken konnten daher wenn ihr da nichts verpassen wollt unbedingt den kanal abonnieren damit wir noch schnellstmöglich die 27k knacken habe gesehen jetzt waren immer noch über 70 prozent der zuseher ohne abo also bitte bitte ich sage das nicht einfach so ihr unterstützt mich damit enormst holt das sehr sehr gerne nach vielen dank dafür und jetzt hat blizzard noch mal einen post rausgehauen mit einer kleinen preview und im preview video was uns alles noch mal so erwartet und das wollen wir uns in diesem video anschauen denn es wird unter anderem auch einen raid wieder geben das finde ich ebenfalls sehr interessant ähm wie wir bereits gesehen haben ähm oder das ist ja nichts neues das tier 2 set kommt zurück das tier 2 set kommt zurück für alle klassen modernisiert und für die klassen die damals wir lassen das video hier mal laufen gibt es eine überarbeitete version also mönche kriegen zum beispiel ein komplett eigenes set dafür spendiert sehr sehr geile geschichte dann neu ein raid bzw ein neuer alter raid blackrock depths also die schwarzfels tiefen kehren als raid zurück und auch die die tore von anquirei werden noch einmal besucht es wird time walking dungeons geben allerdings mit klassischen dungeons auch das ist spielerisch was was wir bisher noch nicht hatten das korax rache pvp event im alteraktal kehrt zurück und zu diesem additional activities und rewards dazu hatten wir uns ja schon einiges angesehen beziehungsweise da wissen wir was uns erwartet allerdings in dem ersten video dieses classic dungeon time walking anquirei schwarzfels tiefen davon wussten wir erstmal nichts und ich bin ehrlich das hört sich ziemlich ziemlich gut an es gibt dann hier noch mal ein etwas längeres video wo darauf eingegangen wird und da schauen wir uns jetzt mal an die schwarzfels tiefen sind ein raid für zehn bis 15 spieler acht mainbosse fünf minibosse wird lfr normal und heroische schwierigkeitsstufe geben dann ein neues event wir können die öffnung der tore von anquirei in silithus noch einmal erleben und dabei als worldbosse tichontrios ossyrian und keltusat umklatschen time walking classic dungeons da kommen die todes minensul farag düsterbruch ist glaube ich da ja moll stratholm zwei wings ist dazu und das besondere selbst nach dem event werden diese dungeons in die reguläre time walking rotation übernommen also es wird dann auch ein zeitwanderung classic geben finde ich sehr sehr geil dann die verkäufer der time walking events bekommen einen kleinen refresh also neue items alles neu und so weiter sehr nice dieses fashion frenzy event hatten wir schon angekündigt quasi wie die style prüfung nur etwas in klein mount mania event da könnt ihr euch mit euren mounts battlen oder eure mount collection zeigen es wird einen platz geben wo ihr euch eure pets verwandeln könnt eine fortführung des geheimnisse von azarots events wird es geben alte time walking worldbosse kommen zurück wie das schar des zorns archa won der steinwächter kehrt zurück in tanaris und es wird eine neue ressource geben bronze celebration tokens die durch weekly aktivitäten und season 1 content zu bekommen sein werden und damit das hatten wir dann gestern schon gesehen wird man sich beispielsweise alte belohnungen aus diesen geburtstagsevents kaufen können zum beispiel das blizzard bärenbibi vom vierten geburtstag von wo w also es ist wirklich jede menge los da kam jetzt noch mal einiges hinterher ich bin ehrlich finde ich ziemlich 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 geil was sich blizzard da ausgedacht hat sie haben nicht übertrieben zum 20 geburtstag haben sie sich einiges einfallen lassen ich freue mich drauf schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare bis dahin dann habt eine gute zeit und reingehauen